. Entschuldigung, ich unterbreche Sie ganz ungern, aber ich muss mal eben ganz kurz was mit Ihnen klären. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitgekriegt haben, aber in letzter Zeit geht ja richtig abends, sonntagsabends im Fernsehen, da immer richtig die WhatsApp. Hier bei den ganzen Talkshows, Anne Will und Markus, wie sie alle heißen, Maischberger, kommt schon gar nicht mehr mit. Ja, die sind sich in letzter Zeit ja immer am Kloppen über das berühmte Thema Religion und Politik. Ja, ob das überhaupt miteinander zusammenhängt oder ob das sich widerspricht. Ja, sagen wir so, die einen sagen, das hätte überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, Schluss, Ende, Feierabend, Religion hat nichts mit Politik, Politik hat nichts mit Religion zu tun. Das sehen wir ja schon bereits an dem alten Bismarck, der ja immer gesagt habe, ja, mit der Bergpredigt könnte schließlich keine Politik machen. Das sehen wir ja schon an den islamistischen Terroristen, obwohl die haben es noch gar nicht gegeben hat. Nee, nee, sagen jetzt die anderen so, einfach ist es nun auch wieder nicht. Nein, es gibt noch eine ganze Reihe von Leuten, die sich auch mit ihrem Glauben so in die Politik eingemischt hätten. Ja, Dietrich Bonhoeffer seinerzeit, Martin Luther King, Nelson Mandela, um nur einige zu nennen. Auch gibt es ja bekanntlich in Deutschland eine große Volkspartei, die das Christliche ja schon 1945 in ihr Parteiprogramm eingeschrieben hat. Und gerne könnte man sich auch an den ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau erinnern, der ja bekanntlich gesagt hat, er wisse angeblich gar nicht, wie er ohne Bergpredigt Politik machen soll. Tja, was fangen wir jetzt an mit dem Thema? Schwierige Frage. Kann ich nur sagen, hätten Sie mal alle besser beim alten Martin Luther angefragt. Der hat zum Thema Religion und Politik ja eine ganze Menge gesagt. weil er hat, es gibt ja kaum ein Thema, zu dem er nichts gesagt hat. Da hat er übrigens mit dem Margot Kehrsmann gemeinsam, aber egal. Ja, hat er immer gemeint, er wüsste gar nicht, weshalb sich da sonntags abends im Fernsehen immer so am Aufregen wären, ja, über das Thema, die Sache Religion und Politik, da wäre doch ganz einfach zu lösen, mit seiner berühmten Zwei-Reiche-Lehre. Und die würde ungefähr so funktionieren, wir sollten uns den lieben Gott mal so vorstellen, wie er oben da im Himmel so auf seinem Thron sitzt und so die ganze Weltgeschichte so vor sich hat, ja. Und da hat er jetzt so aus seiner Sicht gesehen, das Reich zur Rechten, aus seiner Sicht jetzt, ja, das Reich zur Rechten und das Reich zur Linken. Das Reich zur Rechten, so der Dr. Martin Luther, das wäre das Reich Christi, wo es friedlich und liebevoll zu ging. Die gute Seite sozusagen. So wie früher, wenn mal Tante Reinl, den Kastor Brauxel zum Geburtstag besuchen kam, da gibt der Tante mal dort schöne Händchen. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. Schöne Händchen, rechte Seite, schöne Händchen, ja. Jetzt auf der anderen Seite, das Reich zur Linken, ja. Das wäre die Welt, wo es jetzt nicht ganz so friedlich zu ging, ja. Das Reich der finsteren Mächte, wie der George W. damals immer die Achse des Bösen, ja. Das ist die Achse des Bösen, so. So, nun also aus der Sicht vom lieben Gott, Reich zur Rechten, Reich zur Linken, haben wir geklärt. Ja, sagen wir mal so, da müssen Sie sich ungefähr vorstellen, wie im Deutschen Bundestag. Da saß ja bis vor kurzem der Dr. Lammert auch da oben immer, demnächst ja wer anders, aber egal, der saß ja immer oben auf dem Thron, aus wie der liebe Gott so ungefähr, hat er auch das Ganze so vor sich, ja. Und jetzt, jetzt wird überhaupt erst klar, warum er seine Leute von seiner eigenen Partei, ja, die CDU, da ganz rechts immer von sich platziert hat, ja. Gibt der Tante mal das schöne Händchen, ja. War geschickt gemacht, also gibt nichts, ne. Auf der anderen Seite hier, Gysi Wagenknecht, ja, Reich zur Linken, Achse des Bösen, ja. Man kann gegen den Mann sagen, weil man will, aber so ganz auf den Kopf gefallen, war auch nicht, ne, gibt nichts. So, jetzt also nochmal der Dr. Martin Luther, ja, mit seiner Lehre von den zwei Reichen, Reich zur Rechten, Reich zur Linken, haben wir geklärt. Reich zur Rechten, Reich Christi, da ist alles klar, da gilt das Wort Gottes, da herrscht Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Güte, Sympathie, Empathie, Solidarität mit dem Nächsten. So wie man das ja aus der Kirche gewohnt ist. Und, ja, wenn Sie nur mal an den Umgang mit einer geschiedenen Kindergärtnerin bei der Caritas denken, dann wisst du ungefähr, was damit gemeint ist. Jetzt, auf der anderen Seite, hat Reich zur Linken, ja, wobei leider nicht alles klar ist. Die dunkle Welt, wo man in der Regel ja vom Wort Gottes gar nichts wissen will. Hier herrschen ja, wie man aus der Tagesschau weiß, meist nichts anderes als Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit, Korruption, Lug und Trug, Mord und Totschlag. Beispiele erspare ich mir im Augenblick. Nun wäre es aber nicht so, so der Dr. Martin Luther, dass der liebe Gott nur in dem einen Reich, also sagen wir jetzt im Reich zur Rechten, das Sagen hätte, während sich in dem anderen Reich der Teufel jetzt ungehemmt austoben kann. So wäre es nicht? Nein, nein. Es wäre vielmehr so, dass der liebe Gott, weil er ja von oben, so wie der Dr. Lambert im Bundestag, weil er ja von oben beides so überblickt, in beiden Reichen regieren wird. Nur eben auf verschiedene Art und Weise. So, das muss ich jetzt mal ein bisschen erklären. Also im Reich zur Rechten, da wird der liebe Gott mit der Verkündigung seines Wortes, mit dem Heiligen Geist und mit der Liebe regieren. Weil das aber im Reich zur Linken meist nichts bringen täte, deswegen hätte der liebe Gott die Politik erfunden. Obrigkeit, hat der meinte Luther immer dazu gesagt, ja, die Politik erfunden, die dazu da wäre, das Schlimmste zu verhüten, notfalls auch mit Gewalt. Bergpredig würde hier gar nichts bringen, ja, hier in der Politik würde nur die Vernunft regieren. Ja, wenn sich nun mal die Mautpläne der Bundesregierung ansehen, dann wissen, was mit Vernunft in der Politik gemeint ist. So, das war jetzt erstmal die Sache mit den beiden Reichen. Doch jetzt wird es erst richtig kompliziert. Denn was bedeutet jetzt diese ganze Geschichte, dieses ganze Konzept, was bedeutet das eigentlich für den einzelnen Christenmenschen? Ja, sagen wir jetzt mal so, solange es sich in der Kirche aufhält, also im Reich zur Rechten, ist ja alles Paletti, weil sich ja hier bekanntlich alle ganz lieb haben. Aber, was ist jetzt, wenn so ein Christenmensch mal aus irgendeinem Grund nach draußen muss, in die finstere Welt, ja, sagen wir mal sonntags morgens an der Tanke frische Brötchen holen. So, da wird ja jetzt schon auf der Hinfahrt dahin gewahr, dass hier draußen in der finstere Welt doch noch ein bisschen anders zugeht als anderswo. Guck mal, der Arsch da vorne, hast gesehen, wie der mir die Vorfahrt genommen hat. So, was macht so ein Christenmensch jetzt in so einer Situation? Ja, sagen wir jetzt mal so, ging nach dem Johannes Rau, da müsste er jetzt ja eigentlich die Berchpredigt rausholen und den Verkehrsrau, die ganz lieb haben. Ja, vielleicht trifft er ein paar Minuten später an der Kasse von der Tanke wieder und könnte ihn ganz freundlich begrüßen. Hallo, altes Haus, da mit der Vorfahrt hast du super hingekriegt, Hut ab, alle Achtung. Wie ist es? Darf ich dich auf die Schnelle noch auf dem Teskin Kaffee vielleicht ein Croissant dabei einladen? So ungefähr hat man sich das jetzt vorzustellen, ja. Moment, aber wenn es jetzt nach der Zwei-Reiche-Lehre von dem Martin Luther ginge, dann müsste er sich das ja gerade nicht gefallen lassen. Denn in der Welt, also im Reich zur Linken, Geldnummer anregeln. Haben wir ja festgestellt. Da dürfte der Christ, wenn er sich da aufhält, auch schon mal ausrasten, böse werden, zumindest soll es sein Handy zücken und die Bullen rufen, weil die Obrigkeit ja dazu da sei, das Schlimmste zu verhüten. So, damit ist jetzt erstmal ein bisschen Grund gelegt in der Verhältnis von Glaube und Politik, weil man das Beispiel mit dem Verkehrsrauten natürlich auch schnell auf die Politik im Ganzen übertragen kann. Zumindest von lutherischer Seite. Jetzt gucken wir die Reformierten an, also diese bekannten, humorlosen und zwanghaften Typen von Johannes Kalbin bis Johannes Rau. Die haben das Ganze natürlich ganz anders gesehen. Die haben immer gemeint, der Luther hätte die Sache mit den zwei Reichen sich nur ausgedacht. Das wäre eine totale Erfindung von ihm, nur damit er bei den Bauernkriegen ein bisschen besser rumrandalieren könnte. Es wäre vielmehr so, so die Reformierten, dass man gerade aus der Sicht vom lieben Gott die Welt gar nicht in rechts und links einteilen könnte, weil es aus seiner Sicht eigentlich nur eine Welt gibt. Und hier sollte das Wort Gottes überall gelten. König, Herrschaft, Jesus Christi, da wären sie immer dran. Ja, dumm gelaufen kann ich nur sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Was soll denn jetzt für uns gelten? Gute Frage, ja? Zwei reiche Lehre oder Königsherrschaft Jesu Christi, Obrigkeit oder Bergpredigt, Bismarck oder Johannes Rau, Tesken Kaffee oder Polizeinotruf per Handy? Wie wäre es mit einfach mal selber nachdenken? Als Nase-Weißes-Erdenkind koch ich einst aus dem Bauch der Mutter und beteiligt war ein bisschen Vater auch. Die Welt war weit, die Welt war schön, mal war es heiß, mal kalt. Doch immer, wenn's am schönsten war, hieß es von oben bald. Das kannst du nicht, verstehst du nicht, dafür bist du zu klein, da lass man schön die Finger von, das lass man besser sein. Als ich ein wenig später dann den Löffel in der Hand am Mittagstisch der Großen saß und hörte wach gespannt vom Turm der Helden draußen weit auf irgendeinem Feld des Lebens und des Kampfes auch, da kam's fast wie bestellt. Das kannst du nicht, verstehst du nicht, dafür bist du zu klein, da lass man schön die Finger von, das lass man besser sein. Als nach der Konfirmation mir Gisela auffiel, ihr Blick, ihr Mund, ihr rotes Kleid, ihr scheues Augenspiel und neue Träume wurden wach im Bett und dämmerweint, da kam es dann von irgendwo und hielt sich festgekalt. Das kannst du nicht, verstehst du nicht, dafür bist du zu klein, da lass man schön die Finger von, das lass man besser sein. Als ich mit jugendlicher Lust den Lehrern und Pastoren manch Fragen stellte unverblümt, wozu ist man geboren? Warum ist dies, weshalb ist das, wohin treibt diese Welt? Da kam es vom Katheder meist fast wie von selbst bestellt. Das kannst du nicht, verstehst du nicht, dafür bist du zu klein, da lass man schön die Finger von, das lass man besser sein. Als später ich die großen Herren, die gerne Herrgott spielen, in irgendeiner Talkshow sah, nach Macht und Beifall schielen, und ich nur einfach wissen wollt, warum hungert ein Kind. Und warum gibt es Armut reich, da kam es von dort geschwind. Das kannst du nicht, verstehst du nicht, dafür bist du zu klein, da lass man schön die Finger von, das lass man besser sein. Ihr maßgeblichen Frauen und Herren, ihr selbsternannten Götter, hört, was wir Kleinen nur zu gern, euch pfeifen wir die Spötter. Ob Brei, ob Brust, ob Fragenwild, ob Macht, ob Welten spielen, das alles ist seine Lust und gänzlich nicht zu viel. Und wenn ihr wieder einmal meint, das Denken zu verbieten, das lassen wir ein Leben lang uns überhaupt nicht bieten. Das Lied, das ihr so gerne singt, das klauen wir uns bei Ende und drehen es uns im Munde um und singen ohne Ende. Das können wir, verstehen wir und niemand macht uns klein. Was hier geschieht, ist unser Ding, drum mischen wir uns ein. Das können wir, verstehen wir und niemand macht uns klein. Was hier geschieht, ist unser Ding, drum mischen wir, drum mischen wir, und wir uns hier wenig ab. Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zum zweiten Tag der Ulmer Hochschultage. Das sind die siebten Ulmer Hochschultage hier in der Stadt. Seit 2010 gibt es diese Serie und traditionell findet ein Teil an der Uni statt, das war gestern und der zweite Teil findet dann im Stadthaus hier vor diesem Publikum statt. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, was das jetzt gerade war, aber dann fangen wir jetzt mal mit dem richtigen Programm an. Heute geht es um Luther und was er in einer veränderten Welt eventuell sagen würde, denn damals gab es ja Missstände, die dann angeprangert werden mussten und heute könnte man Ähnliches behaupten. Das heißt, wir sind gespannt, was nachher kommt. Aber bevor es losgeht, mein Name ist Tobias Orten. Ich bin Teil der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit an der Universität Ulm und gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter am FAWN, das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung auf dem Eselsberg, geleitet von Herrn Professor Radermacher. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch unsere Partner an Bord haben, wie gestern auch, die Universität Ulm mit Frau Professorin Bau, die das Vizepräsidium mit anderen zusammen gestaltet und mit Herrn Bürgermeister Tim von Winning von der Stadt, die ich jetzt in umgekehrter Reihen folge, erst Herr Winning und dann Frau Professorin Bau für ihre Grußworte bitte, auf die Bühne zu kommen und danach wird Herr Professor Radermacher in das Thema einführen und es geht dann los. Vielen Dank. Ja, ich will Sie auch gar nicht lange von dem schönen Programm abhalten. Wir haben ja schon eine erste Kostprobe bekommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in der Stadt unten zu den Ulmer Hochschultagen, die glaube ich jetzt zum siebten Mal stattfinden. Vorweg schon einen ganz herzlichen Dank an alle, die sich einsetzen, dass das ja studentisch organisierte oder überwiegend studentisch organisierte Symposium oder diese zwei Veranstaltungen wiederholt hier stattfinden können. Ich weiß, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, sowas zu organisieren. Ich freue mich, dass es hier im Stadthaus stattfindet. Ich glaube, es sind mehr Leute da als gestern auf der Uni oben. Das heißt, es ist ein gutes Beispiel, dass man in der Stadt sehr gut als Universität sich auch präsentieren kann. Die Einführung zum Thema Politik im Zusammenhang mit Obrigkeit und Vernunft nehme ich gerne zur Kenntnis und nehme das auch gerne mit. Und dass wir sozusagen dafür da sind, die Härten auszugleichen, freut mich auch sehr. Heute soll es ja im Zusammenhang mit dem Thema ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit und dem Begriff Nachhaltigkeit gehen. Und ich habe mir eben so ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich es verrückt finde, dass es wenig Wörter gibt in unserem Sprachgebrauch, die so völlig uneingeschränkt positiv besetzt sind. Also ich habe viel mit Wörtern zu tun, die negativ besetzt sind. Baustelle ist so eins, Streifigkeit vor dem Bahnhof ist so eins, wo sehr viele negative Schwingungen mitgehen. Jetzt gerade ist der zentrale Omnibusbahnhof einer ein Begriff, der sich auch so in diesen Bereich reinpendelt. Aber es ist tatsächlich spannend, dass das Wort Nachhaltigkeit, glaube ich, bei niemandem von Ihnen und bei niemandem, den ich kenne, negative Beigeschmack hat. Und dabei ist es noch gar nicht, es ist ein altes Wort, aber es ist noch gar nicht so lang im Gebrauch. Also in meiner Studienzeit, die ist jetzt auch schon relativ lange her, in den 90er Jahren, gab es den Begriff Nachhaltigkeit in dem allgemeinen Sprachgebrauch eigentlich noch nicht. Und dafür ist er wahnsinnig inflationär geworden. Der nächste Architektenkongress, der in der Stuttgarter Messe stattfinden wird, nächstes Frühjahr, hat auch wieder den Begriff Nachhaltigkeit als übergeordnetes Thema. Und das ist wirklich spannend, sich zu überlegen, warum er so positiv ist. Und ich glaube, er ist positiv, weil niemand sich so richtig was darunter vorstellen kann. Wir haben gestern mal drüber diskutiert in der Universität oben. Was verbindet man denn eigentlich mit diesem Begriff? Ich glaube, dass das gerade die Qualität ist, dass er sehr viel offen hat, offen hält. Und dass wir aber immer mit dem, was wir tun, uns damit auseinandersetzen müssen, dass unsere Welt eben nicht einfach ist, sondern dass sie komplex ist, sehr komplex ist. Wir haben keine einfachen Antworten mehr auf irgendwas, egal was ansteht. Ich persönlich merke, dass mir einfache Antworten immer weniger gut gefallen. Früher, vor 20, 30 Jahren, war ich für einfachere Antworten eher offener und war auch bereiter, da mitzulaufen und mitzumarschieren in bestimmte Richtungen. Ich merke aber, dass es eben gerade bei den Themen, die uns bewegen, und die Nachhaltigkeit kann man ja tatsächlich in allen Bereichen unseres Lebens einsetzen, es eben nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern wir immer wieder suchend vorfühlen müssen, was ist richtig, was ist falsch, in welche Richtung lohnt es sich zu gehen. Es ist eine extrem große Aufgabe. Ich glaube, wir wissen alle, das, was wir im Moment treiben und betreiben, wird nicht mehr sehr lange so weitergehen können, außer wir schaffen es, unendliche Innovationen vorzunehmen. Und wenn man da jetzt nicht in so einen Fatalismus ausbrechen will, dass man halt sowieso nichts ändern kann, dann lohnt es sich tatsächlich, sowohl kleine Schritte lokal zu überlegen, an denen sind wir als Stadt und mit der Stadtgesellschaft zusammen dran, nachzudenken und sich trotzdem immer auch wieder die Frage zu stellen, was muss ich vielleicht auch auf globaler Ebene ändern, wo wir jetzt nicht aktiv werden können, wo man sich aber, glaube ich, im Kopf klar werden muss und fragen muss, was sind die richtigen Antworten. Auf jeden Fall ist es ein dauerhaftes Thema. Das wird uns nicht die nächsten zwei Jahre beschäftigen, wenn wir sagen können, und jetzt sind wir damit durch. Und ich glaube, dass die Hochschultage da ein Instrument sind, wo man eben gerade nicht von einer Fakultät oder von einem Institut, sondern wirklich breit getragen, interdisziplinär sich nähern kann. Und diese Interdisziplinarität ist, glaube ich, auch gerade das, was die Hochschultage bewegt. Es ist nicht von einer Fakultät, sondern es ist für die ganze Hochschule und damit auch für die ganze Stadtgesellschaft. Der erste Schritt zur Nachhaltigkeit ist schon mal dafür, damit getan, dass wir uns hier treffen, weil wir müssen nicht alle hochfahren, sondern es sind nur wenige Leute runtergekommen, dafür ganz viele hier unten geblieben. Demnächst können wir das Ganze dann Elektromobil mit der Straßenbahn nach oben machen. Dann können wir sozusagen auch nachhaltig die Veranstaltungen oben an der Hochschule besuchen. Ich freue mich jedenfalls. Professor, Theologe und Kabarettist klingt erst mal sehr weit auseinander. Ich glaube, wir haben eben schon gesehen, das hat ganz viel miteinander zu tun und es ist fast in den meisten Sachen vielleicht sogar das Gleiche. Ich freue mich auf das, was wir nachher hören werden und insbesondere nach dem, was gerade schon kam, hat es die Freude eher erhöht. Ich wünsche uns einen schönen Abend und hoffe, dass es viele Veranstaltungen der Universität auch hier im Stadthaus geben wird. Vielen Dank. Ja, auch ich möchte Sie als Vertreterin von Universität Ulm ganz herzlich begrüßen zu den heutigen Veranstaltungen, der zweite Tag von den Ulmer Hochschultagen. Und ja, ich freue mich, dass wir hier im Rahmen von diesen Hochschultagen mit so großen Fragen von unserer Zeit befassen werden. Und letzte Woche haben wir im Rahmen von 50-jährigen Jubiläum der Uni Ulm, auch in der Stadt, im Kornhaus, darüber diskutiert, wie die Uni dann in 50 Jahren aussehen wird oder aussehen sollte. Und ich finde es sehr passend, dass wir heute 500 Jahre nach Luther unseren Blick noch wie weiter voraus richten und uns damit auseinandersetzen, was wir eigentlich jetzt so machen für, was weiß ich, in 500 Jahren oder vielleicht wird es gar nicht so weit kommen. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir da über heute hören werden. Also ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir als Uni nicht uns einfach nur mit einem selber befassen, sondern mit großen Fragen auseinandersetzen und wirklich auch in die Stadt hineinkommen oder um mit allen darüber zu diskutieren, was wir eigentlich so machen. Und ich bin wirklich das FAW und auch die Hochschulgruppe von Nachhaltigkeit sehr dankbar, dass sie diese wichtigen Themen hier sowohl gestern oben in die Uni hinein, aber auch hier in die Stadt hineintragen, sodass wir miteinander uns da kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen können und gucken, wie wir das unsere, ja gerade die soziale und auch die ökologische Aspekte, von was wir alle hier so treiben in der Wirtschaft, auch so gestalten können und mit der Politik und der Religion vielleicht noch zusammen so gestalten können, dass wir das auch, dass wir auch in 500 Jahren hier Leute noch über diese Themen diskutieren können. Ich wünsche uns selber einen sehr interessanten Abend. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, und ich bedanke mich erst mal für die freundlichen Grußworte. Ich begrüße Sie alle, die Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass viele gekommen sind zu den Hochschultagen, zu dem Abend, der in der Stadt stattfindet. Die Stadt stattfindet, ist uns immer ein besonderes Anliegen. Und wir haben dieses Jahr sehr lange überlegt, wer denn der Referent sein sollte. Und das war letztlich bestimmt vom Geburtstag der Uni. Also da ist eben ein 50. Geburtstag. Gut, da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir irgendwas mit Geburtstag. Und dann sind wir auf Luther gekommen mit den 500 Jahren seiner Thesen. Und dann haben wir gedacht, gut, das passt ja wunderbar. Wir haben lange schon engen Kontakt mit Herrn Heiner Geißler. Er war schon zweimal hier. Viele werden sich erinnern. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist nun dann die ideale Kombination. Und dann nutzen wir aus, dass Herr Geißler gerade ein Buch über Luther geschrieben hat, nämlich Was würde der sagen? Wobei das sehr interessant ist, dass das jemand schreibt, der ein Katholik und Jesuit ist. Also was sagt ein Katholik und Jesuit über das, was Luther sagen würde, wenn er denn jetzt was sagen würde? Gut, das passte alles wunderbar. Sie wissen, jetzt ist Herr Geißler vor kurzem gestorben. Das hat uns in eine nicht einfache Lage gebracht. Man kann nicht einfach in die Fußstapfen eines Vortrags von Herrn Geißler treten. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wir haben überlegt, was sollte es denn jetzt für ein Vortrag sein? Was erwarten zum Beispiel die Ulmer Böhmer für einen Vortrag als Ersatz für einen Vortrag von Herrn Geißler zu Luther? Und da war uns völlig klar, es muss irgendwas mit Luther sagen. Also Luther ist die Brücke. Und über diese Brücke haben wir dann den heutigen Festredner gefunden, Herrn Professor Okko Herrlin. Lieber Okko, ich begrüße dich noch mal von hier, freue mich sehr, dass du heute hier bist, hast uns eine große Freude gemacht, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Denn das ist keine einfache Aufgabe, weil Luther, das ist wie ein Wirbelsturm. Luther hat alles verändert. Unter anderem ist er der Ausgangspunkt des Dreißigjährigen Kriegs. In diesem Krieg ist ein Drittel der deutschen Bevölkerung gestorben. Da kriegt man so ein Gefühl für Größenordnung. Also wir fragen uns ja heute, wie wird die Katastrophe? Andere hatten die Katastrophe schon. Man kann allerdings am Dreißigjährigen Krieg auch erkennen, dass die Katastrophe nicht das Ende sein muss. Es geht immer irgendwie weiter. Die Frage ist, auf welchem Qualitätsniveau? Wenn man heute die Situation des Islams diskutiert, dann ist die Aussage immer, denen fehlt die Reformation. Also die brauchen noch ihren Luther. Was wiederum heißt, die Aufklärung und das, was uns besonders auszeichnet, hat etwas damit zu tun, dass wir Luther hatten und dass über Luther das Wahrheitsmonopol der Kirche gebrochen wurde, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass es ein Wahrheitsmonopol oder einen Wahrheitsanspruch der Wissenschaft geben kann. Und das ist für die weitere Entwicklung von zentraler Bedeutung. Gut, das ist so der Hintergrund. Damals waren große Herausforderungen. Wir haben heute große Herausforderungen. Die Welt war damals sehr verlogen, nicht viel anders als heute. Der Papst brauchte Geld für den Petersdom. Damals gab es immer die tolle Story, wirfst du den Taler in die Box, dann springt deine Seele aus der Hölle. Die Frage ist, geht das? Ist das Freikauf? Soll man das akzeptieren? Kann man damit leben? Bestimmt Geld? Also da sind viele, viele Themen zusammen und wir brauchten den richtigen Redner. Nun ist es eine glückliche Situation, dass es Herrn Okoherlin, Herrn Professor Okoherlin gibt, denn er kommt aus einer Familie, die mit der Reformation, mit Luther, mit all diesen Themen seit hunderten Jahren verbunden ist. Eine Familie, die viele Theologen hervorgebracht hat, viele Ärzte, viele Apotheker, viele Bürgermeister. Also alles das, was die Stadt zusammenhielt, war in dieser Familie immer breit verankert. Und das ist ein großer Clan. Der Clan ist sehr aktiv auch als Clan. Und Okoherlin ist hier ein ganz besonderer Vertreter, weil er eben gleichzeitig ein Priester ist und er ist ein Professor und er hat eine Kirchengemeinde geleitet und er hat mit Arbeitervierteln im Ruhrgebiet zu tun gehabt. Und dann hat er das alles noch in Kabarett übersetzt, hat zu all dem noch Lieder komponiert, tritt als Künstler auf, hat Science-Slam-Runden gewonnen, hat Preise gewonnen, ist in öffentlichen Features aufgetreten. Also wir haben hier sozusagen eine Person, die vieles miteinander verbindet und die meiner Ansicht nach für uns heute Abend das Thema gut abdenken kann. Das weiß man natürlich immer erst hinterher. Wir erleben dieselbe Person jetzt in einer zweiten Variante. Nicht die erste Variante war so ja mehr Talkshow und so ein bisschen von der Straße. Jetzt haben wir mehr einen Professor. Okko, wir freuen uns alle auf dich und wir lauschen gespannt deine Ausführungen. Danke. Applaus Ja, lieber Franz Josef, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Bau, sehr geehrter Herr Bürgermeister von Wiening, lieber Herr Orten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich habe jetzt alle erreicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren zurzeit, Luther ist mächtig in Deutschland. Wohin man auch blickt, überall Luther Vorträge, Luther Veten, Luther Musicals, Luther Sondermarken, Luther Autoschlüsselanhänger, Luther Weingummitütchen, Luther Playmobilfiguren, Luther Badeendchen und Luther Socken mit der Aufschrift Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Eine große Werbe- und Merchandising, so nennt man es ja heute Industrie, hat sich in den letzten Jahren offenbar sehr erfolgreich dieser historischen Figur angenommen. Das berühmte Gesetz des Marktes, wonach es nur auf eine geschickte Bedarfsreizung ankomme, um eine bestimmte Ware erfolgreich umzusetzen, scheint auch hier einmal mehr zu greifen, unabhängig davon, ob man dem eigentlichen Inhalt dieser Ware auch gerecht wird. Seit den Tagen der Reformation ist es allerdings nicht das erste Mal, dass die Gestalt Martin Luthers für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Für die lutherischen Kirchen der Nachreformationszeit etwa war seine Geschichte zunächst natürlich ein wichtiger Gründungsmythos. Später, namentlich im 19. Jahrhundert, sollte seine Figur vor allem für den neu aufkommenden nationalen Einheitsgedanken herhalten. Daher die in dieser Zeit entstehenden und heute noch zu sehenden vielen Luther-Denkmäler. Der Nationalsozialismus meinte dann vor allem Luthers vermeintliche Männlichkeit und Heldenhaftigkeit für seine Verherrlichung des deutschen Wesens in Anspruch nehmen zu können. Ein paar Jahre später entdeckte sogar die Führung der DDR, die Luther lange als einen Fürstenknecht verachtet hatte, ihn als einen Paten der Freiheit und des Widerstandes gegen die Obrigkeit. Auch heute gibt es nicht wenige Leute, die Luther etwa als Wegbereiter der Aufklärung oder gar als Vorkämpfer der modernen Demokratie meinen, vereinnahmen zu dürfen. Allen diesen sehr unterschiedlichen und im Einzelnen kaum miteinander zu vereinbarenden Deutungen Luthers ist gemeinsam, dass sie nach dem, was Luther selber gewollt hat, offenbar wenig zu fragen gewillt sind. Sein breites biografisches und literarisches Oeuvre scheint vielmehr überaus geeignet zu sein, ihn in den verschiedensten religiösen, gesellschaftlichen und politischen Interessen dienstbar zu machen. Doch Luther ist wahrhaftig nicht everybody's darling. Luther ist zunächst einmal nichts anderes als Luther. Das heißt, wenn wir heute noch einmal neu nach Luthers Erbe in einer veränderten Welt fragen, dann ist es nur redlich, den umgekehrten Weg zu gehen, nicht ausgehend von uns und unseren Interessen nach Eigenlegitimation, sondern ausgehend von Luther selbst. Was hat dieser Mann eigentlich von sich aus gewollt? Was waren seine grundlegenden Erkenntnisse? Wofür hat er gekämpft? Dabei werden wir wegen des enormen Umfangs seines geistigen und geschichtlichen Wirkens verständlicherweise nur einen sehr schmalen, aber gleichwohl exemplarischen Ausschnitt seines Denkens in Augenschein nehmen können. Wir werden dabei auch schlicht zur Kenntnis zu nehmen haben, dass Luther im Kern eben kein Politiker, kein Gesellschaftsveränderer, kein moderner Menschenrechtler, kein aufklärerischer Philosoph und schon gar kein früher Frauenversteher oder empathischer Sozialpädagoge war. Martin Luther war zuallererst Theologe. Und nur wenn wir sicher in aller gebotenen Kürze uns immer wieder dieses besonderen Ausgangspunktes erinnern, werden wir überhaupt in der Lage sein, Impulse für unsere Gegenwart wahrzunehmen. Wenn wir also nach Luthers Erbe fragen, dann nicht mit der Bräsigkeit eines schulmeisterlichen Erbverwalters, dem es nur um die eigene Legitimation dessen geht, was er immer schon gewusst hat. Wir tun es hoffentlich mit der Neugier eines Kindes, dem unverhofft etwas Fremdes in den Schoß gefallen ist, das ist betrachtet und aus dessen Betrachtung es vielleicht Nutzen ziehen kann, gerade dann, wenn das in den Schoß gefallene fremd und ungewohnt erscheint. In seinem im vergangenen Jahr erschienen Buch »Was müsste Luther heute sagen«, »müsste«, nicht würde, »was müsste Luther heute sagen«, schreibt der kürzlich verstorbene Heiner Geisler, den zu vertreten ich heute Abend die Ehre habe. Ich zitiere, »Was Luther angesichts dieser Zustände heute sagen würde, kann niemand wissen. Aber was er mit seinem theologischen Hintergrund sagen müsste, das kann genau beschrieben werden.« Zitat Ende. Wir werden also im Folgenden jeweils zunächst einen Schritt zurückgehen, um die Welt Martin Luthers, also wie Geisler sagt, seinen theologischen Hintergrund wenigstens etwas zu verstehen, um dann von dort her allerdings jeweils zu fragen, welche Relevanz das so von uns wahrgenommene nun für uns, die wir ja in der Tat in einer völlig veränderten Welt leben, haben mag. Ob das dann auch immer unseren mitgebrachten Interessen entspricht, sei dahingestellt. Aber der Reihe nach. Erstens, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ein Satz, der Fragen aufwirft. Wir beginnen mit dem berühmten Satz, der auch für den Titel unseres heutigen Abends Pate gestanden hat. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Unabhängig davon, ob dieses Wort 1521 auf dem Reichstag zu Worms nun so wörtlich oder nur dem Sinne nachgefallen ist, markiert ist eine Ungeheuerlichkeit. Da steht ein kleiner, einzelner Mönch aus der Provinz vor dem Mächtigen seiner Zeit, also vor Kaiser, Königen, Fürsten und im Hintergrund auch vor dem Papst und widersteht. Er widersteht der Aufforderung, seine Schriften zu widerrufen, wohlwissend, dass solch ein Widerstand tödliche Folgen haben würde. Was ist an diesen Schriften so gefährlich? Auf den ersten Blick scheint das kaum nachvollziehbar, da es darin vor allem um innertheologische Themen wie Ablass und Buße, Gnade und Rechtfertigung, Gottesdienst und Priesteramt, Abendmahl und Taufe, Vernunft und Glaube geht. Doch erweisen sich diese Themen insofern als bald als überaus brisant, weil Luther sich in all diesen Fragen aus theologischen Gründen gegen die Tradition stellt, verkörpert in der römisch-katholischen Kirche mit dem Papst in ihrer Spitze. Diese Kirche stellte aber während des gesamten Mittelalters bis eben in die Zeit Luthers hinein das allumfassende Machtsystem der gesamten westlichen Welt dar, dem sich selbst Kaiser und Könige einzufügen hatten. Wenn sich nun Luther aus dem Reichstag zu Worms weigert, seine theologischen Schriften zu widerrufen, dann ist das also nicht mit einer eigenwilligen These innerhalb eines auch heute noch üblichen akademischen Disputs zu vergleichen. Seine Weigerung stellt vielmehr ein ganzes Herrschaftssystem in Frage. Das ist das Gefährliche daran. Deshalb ist seine Haltung in der Tat mehr als mutig. Sie ist geradezu todesmutig. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Seither sind allein diese Worte über viele Generationen hinweg zum verbalen Markenzeichen des Protestantismus geworden. Protestantismus, so haben wir es gelernt, das hat etwas mit Protest zu tun, mit Rückgrat und Zivilcourage, mit einem Einstehen für die Wahrheit und einer unbedingten Bindung an das Gewissen, mit Unbeugsamkeit und Prinzipientreue. Ich bin Protestant, so sagte einst der Schweizer Dichter Friedrich Dürrenmatt, also protestiere ich. Aber, so werden wir sogleich einwerfen müssen, Unbeugsamkeit als solche ist überhaupt noch kein evangelisches Markenzeichen. Einfach nicht anders zu können, mag auch Ausdruck von Unbelehrbarkeit. Von innerer Starre, von geistiger Engel, dogmatischer Spießheit und unerträglicher Borniertheit sein. Martin Luther aber konnte nicht deshalb nicht anders, weil er nun einmal so ein Dickschädel war, sondern weil er von etwas anderem ergriffen worden war. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, das hieß nämlich für ihn im Kern, ich weiß von einer anderen Wahrheit als der, die mir täglich drohend entgegentritt. Nur um jener anderen Wahrheit und nicht um eines Prinzips des Neinsagens Willen galt es für Luther, nicht anders zu können. Der Satz, der hier in dem berühmten Satz vor Kaiser und Königen vorausgeht, lautet nämlich so, Weil mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, so kann und will ich nichts widerrufen. Und dann erst folgt der berühmte Satz, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Mein Gewissen in Gottes Wort gefangen. Damit haben wir einen ersten wichtigen Gesichtspunkt für uns gewonnen, nämlich, dass wir dem Erbe Luthers nicht gerecht werden, wenn wir seinen mutigen Widerstand auf eine bestimmte Charaktereigenschaft seiner Person reduzieren. Man kann nämlich überhaupt fragen, war Luther überhaupt besonders mutig? Wir wissen es gar nicht so genau. Was wir von ihm persönlich wissen, ist eher, dass er oft ziemlich verzagt und angefochten war. Die Kraft, Papst, Kaiser und König zu widerstehen, kam ihm offensichtlich nicht von einem ihm in die Wiege gelegten Temperament her, sondern von woanders. Luther selbst spricht von einer Bindung, ja, von einem Gefangensein des Gewissens. Bevor wir uns also in einer Zeit zunehmender Angepasstheit an einer allgemeinen Bewunderung für Luthers Unerschrockenheit und Unbeugsamkeit beteiligen, sollten wir uns klarmachen, um wessen Willen Unbeugsamkeit vonnöten ist. Manch ein vermeintlich unangepasster Fußballer etwa rühmt sich ja gerne der Eigenschaft, sich nicht verbiegen lassen zu wollen. Bei jedem dritten Interview hören wir diese Worte. Es kann aber durchaus sein, dass sich hinter solch einer Selbstbelobigung der pure Egoismus verbirgt, ein Gefangensein vor allem in den eigenen Interessen, das jegliche soziale Kompetenz vermissen lässt. Luther indes begründet seine Unbeugsamkeit mit seinem Gewissen. Damit stellt er seinen Widerstand in einen größeren Zusammenhang als den einer zufälligen persönlichen Eigenschaft und sei sie noch so tugendhaft. Das Gewissen ist ja das Verankertsein in einem bestimmten Wertesystem, das uns mit etwas verbindet, das auf jeden Fall größer ist als wir selbst. Das mögen Ideale sein, das mögen grundsätzliche politische Überzeugungen sein, das mag der Glaube an Gott sein. Nach einer Zeit, in der das Gewissen des Einzelnen mit Füßen getreten worden war, hat unser Grundgesetz wahrhaftig gute Gründe gehabt, die Freiheit des Gewissens für unverletzlich zu erklären. Artikel 4. Luther erinnert uns also zunächst daran, dass die Bindung an das Gewissen noch etwas anderes ist, als eine bloße formale Unbeugsamkeit als Charaktereigenschaft. Und dennoch ist mit dem Hinweis auf das Gewissen noch nicht alles in dieser Sache gesagt. Mein Gewissen heißt Adolf Hitler, soll der ehemalige Reichsleiter der NSDAP, Robert Lai, gesagt haben. Und wie viele Menschen sind seinerzeit aus ihrer Sicht guten Gewissens dieser Ideologie gefolgt, haben jüdische Nachbarn denunziert, sind in verbrecherische Kriege gezogen. Auch ein Gewissen, so schützenswert es ist, muss sich also grundsätzlich fragen lassen, woran es sich bindet. Was wir an dieser Stelle von Luther lernen können, ist, dass er den Grund seiner Gewissensbindung unmissverständlich offenlegt, weil mein Gewissen, wir hörten es, in Gottes Wort gefangen ist. Damit hat sein Widerstand gegen das herrschende System seiner Zeit einen unverwechselbaren, eindeutigen und vor allem nachprüfbaren Bezugspunkt. Die Heilige Schrift. Jetzt wird deutlich, dass in Worms nicht zwei Alpha-Tiere, etwa Luther und der ihm gegenüber sitzende Kaiser Karl V. gegeneinander antreten, sondern dass es letztlich um einen Konflikt in der Sache, ja mehr noch, um einen Machtkampf der Systeme geht. Wer soll im Reich fortan das Sagen haben? Ein repressiver religiöser Apparat oder die befreiende, menschenfreundliche Botschaft, wie sie Luther im Evangelium wiederentdeckt hat? Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Allein mit dieser Äußerung mutet uns Martin Luther einige Fragen zu, die nicht hemmsärmelig am Stammtisch zu beantworten sind. Den wir uns aber in Zeiten der Pluralisierung, die mit Recht mehr und mehr nach einer verlässlichen und für alle Menschen verbindlichen Orientierung rufen, nicht einfach entziehen können. Aber taugt Luthers Berufung auf die Heilige Schrift überhaupt noch für eine gesamtgesellschaftliche, gar globale Orientierung in unserer Zeit? Zweitens, die Bibel eine Botschaft, die man nicht verstecken muss. Martin Luthers Widerstand gegen das herrschende System seiner Zeit, wir hörten es, entspringt nicht einer besonderen Charaktereigenschaft, etwa seiner Dickköpfigkeit. Er kritisiert die römische Kirche nie aus einer sozusagen pubertären, anti-autoritären Haltung heraus. Er kritisiert sie immer nur über der aufgeschlagenen Bibel. Sie ist für ihn das befreiende Wort Gottes. Sie ist deshalb die Instanz, an der sich alles messen lassen muss. Sie ist das kritische Korrektiv der Kirche, weil Luther sie aufgeschlagen hat. Deshalb kann er nicht anders. Weil mein Gewissen, wir hörten es, in Gottes Wort gefangen ist, so kann und will ich nichts widerrufen. In Gottes Wort gefangen. Damit sind wir bei einem wichtigen Grundsatz der gesamten Reformation. Auf die Formel gebracht lautet er Sola Scriptura zu Deutsch allein die Schrift. Doch schon erheben sich hier aus heutiger Sicht etliche Fragen. Die erste, welchen Platz nimmt die Bibel überhaupt noch in unserer Gesellschaft ein? Gewiss mag man darauf verweisen, dass sie, was ihre Auflagenhöhe angeht, immer noch zu den weltweiten Bestsellern gehört. Aber was nützt einem ein Bestseller, der ungelesen im Bücherschrank verstaubt? Und weiter, wenn es nicht so sehr und ein Buch mit vielen Seiten, sondern vor allem um die darin enthaltene Botschaft geht, wird diese in unserer Zeit überhaupt noch als eine Befreiende wahrgenommen? Selbst in kirchlichen Kreisen ist mitunter eine nicht geringe Unkenntnis oder gar eine gewisse Verschämtheit zu beobachten, wenn es darum geht, was die Bibel zu sagen hat. Warum ist das so? Ist es nicht merkwürdig, dass sich von einem dezidiert atheistischen Dichter wie Berthold Brecht auf die Frage, welches das von ihm am meisten gelesene Buch sei, sagen lassen zu müssen? Sie werden lachen, die Bibel. Und vor und nach Brecht haben mancherlei andere Menschen, Dichter, Maler, Komponisten, Filmemacher, Psychologen, Politiker, die biblischen Texte als, wie sie selber sagen, überaus interessant, als spannend und nicht zuletzt auch als künstlerisch inspirierend entdeckt. Nein, weder die Christenheit noch eine säkulare Gesellschaft muss sich der Bibel schämen. Luther hat mit ihr sogar eine ganze verkrustete Welt in Bewegung gebracht. Von seinem Erbe profitieren könnte doch heute heißen, wirklich einmal die Bibel wieder aufschlagen und, ob gläubig oder ungläubig, die Probe aufs Exempel machen, welche Inspiration, ja, Befreiung von ihrer Botschaft auszugehen vermag. Ich möchte das gerne an einem kleinen biblischen Beispiel klar machen. Dazu wähle ich eins der zehn Gebote, nämlich das Gebot, den Feiertag zu heiligen. Wörtlich steht da im biblischen Text, du sollst den, das hebräische Wort, Schabbat halten. Schabbat, ein hebräisches Wort, bedeutet schlicht aufhören, unterbrechen. Gemeint ist die Arbeitswoche, die wenigstens einmal in der Woche eben unterbrochen werden soll. Das ganze Gebot lautet so, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Gewiss atmen diese Worte auf den ersten Blick das Flair eines antiken bäuerlichen Lebens. Knecht, Magd, Vieh, wo gibt es das überhaupt heute noch? Doch auf den zweiten Blick birgt dieses Gebot einige im Sinne Luthers befreiende Botschaften, die es wahrhaftig lohnen, auch heute noch gehört zu werden. Erste befreiende Botschaft, Arbeit ist nicht alles. Gewiss gehört eine erfüllende Arbeit zur Sinnstiftung des Lebens, aber sie hat auch ihre Grenze. Um ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden, meinen ja nicht wenige Arbeitnehmer, die Büroakt noch mit nach Hause nehmen zu müssen, zum Schaden für Familie, Freundschaften oder die eigene Gesundheit. Und auf manche einer Todesanzeige lesen wir die Worte nur Arbeit war sein Leben. Wie schrecklich. Demgegenüber sagt Schabbat, Arbeit ist nicht alles. Eine in gottgleicher Allmacht rund um die Uhr brummenden Wirtschaft wird so ein heilsames Stoppsignal gesetzt. Eine Botschaft, die etwa die andauernde Diskussion über die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertage kritisch befruchten könnte. Zweite befreiende Botschaft. Das Schabbatgebot gilt allen, Freien wie Sklaven, Einheimischen wie Fremden, Menschen und man höre Tieren. Wenigstens einmal in der Woche sind die sozialen Unterschiede aufgehoben. Die Bibel bewahrt damit eine alte Utopie des Glaubens, nämlich die in der Schöpfung gesetzte grundsätzliche Solidarität einer Gesellschaft unter Aufhebung aller Klassen und Standesunterschiede. Die Erinnerung daran könnte auch heute einer Welt, die sich gerade in ihrer globalen Vernetzung zunehmend desolidarisiert, guttun und ein heilsamer Impuls zum Umdenken sein. Die immer größer werdende Schere zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen, Reichen und Armen oder die zunehmende Spaltung zwischen Einheimischen und Fremden muss offenbar nicht das letzte Wort haben. Eine dritte befreiende Botschaft, die im Schabbatgebot erwähnten Tiere, die auch an der Wohltat der Arbeitsunterbrechung teilhaben sollen. Sie weisen auf eine gesamtgeschöpfliche Solidarität hin, wie sie dann etwa im sogenannten Schabbatjahr ihre Fortsetzung findet. Danach war alle sieben Jahre eine sogenannte Brache einzuhalten, damit auch Erde und Pflanzen zur Ruhe kommen konnten, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Hier und da findet im Alten Testament zudem ein sogenanntes Erlassjahr Erwähnung, dem zufolge alle sieben mal sieben Jahre ein allgemeiner Schuldenerlass ausgerufen werden sollte. Ein Gesichtspunkt, der seit einigen Jahren etwa im Verhältnis zu den völlig überschuldeten Entwicklungsländern wieder hochaktuell geworden ist. Und schließlich eine vorläufig letzte befreiende Botschaft des Gebots, den Feiertag zu halten. Dass die Arbeitsruhe auf einen bestimmten Tag festgelegt ist und nicht einfach dem Belieben jedes Einzelne überlassen wird, könnte die besondere Würde und den besonderen Wert der Ruhe unterstreichen. Der Schabbat ist etwas anderes als eine für den Erhalt der Arbeitskraft natürlich notwendige Regenerationsphase, die man im Zuge der allgemeinen Flexibilisierung der Arbeit auch beliebig meint, hin- und herschieben zu können. Die Festlegung auf einen für alle verbindlichen Tag bedeutet auch, die im Schabbat gebotene Ruhe hat einen eigenen Sinn und der besteht gerade in der grundsätzlichen Alternative zur Arbeit, in der Besinnung auf anderes, vielleicht auch einmal Wesentlicheres als Schuften in Meditation und Einkehr. Selbst unser Grundgesetz spricht in diesem Zusammenhang, ich zitiere, von Arbeitsruhe und seelischer Erhebung, der der Feiertag dienen soll, Artikel 139. Das klingt betulich, könnte aber immerhin auch ein kritischer Ansatz zum allgemeinen Freizeitstress und wochenendlichen Konsummarathon sein, bei dem man sicherlich fragen kann, ob er dem Menschen immer gut tut. Martin Luthers Ruf allein die Schrift kann man leicht als innertheologische Angelegenheit einer vergangenen Zeit abtun. Man kann ihn aber auch als einen Hinweis auf auch heute noch heilsame Alternativen verstehen. An zahlreichen Stellen, vor allem des Alten Testaments, wird ja überaus kritisch Bezug genommen, etwa auf wirtschaftlich ungerechte Verhältnisse, auf die verbrecherische Ausbeutung von Menschen, auf das Problem einer grenzenlosen Besitzgier, auf die Hintergründe von kriegerischen Auseinandersetzungen, auf Fluchtursachen, auf den notwendigen Rechtsschutz von sozial Schwachen, auf die Fürsorge von alten, nicht mehr am Produktionsprozess beteiligten Menschen und nicht zuletzt auf ein nachhaltiges Wirtschaften, das auch noch den folgenden Generationen zugute kommt. Es sei nur daran erinnert, dass die unter uns sprichwörtlich ausgewordene Formulierung Schöpfung bewahren, ein Zitat eben aus der Bibel ist. Gerade wenn man, wie wir hier auf den Ulmer Hochschultagen, dezidiert nach ökosozialer Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit fragt, muss man die Bibel nicht schamhaft verstecken, weil hier nämlich etwas grundsätzlich anderes zu hören ist, als in den Chefetagen und Werbespots. Etwas anderes, als das uns nur zu bekannte hohe Lied der Leistung, des Erfolgs und der Profitmaximierung. Drittens, allein aus Gnade, ein Impuls zum Umdenken. Wir kehren noch einmal zurück zu jener berühmten Szene auf dem Reichstag zu Worms im Jahre 1521. Wir erinnern uns, Martin Luthers Widerstand gegen Papst, Kaiser, Könige, beruhte auf der Überzeugung, von einer anderen Wahrheit zu wissen, als der, die ihm von Seiten der damaligen römischen Kirche drohend entgegentrat. Nun wäre die Wahrheitsverwaltung dieser Kirche für Luther noch angegangen, wenn es denn wirklich die Wahrheit gewesen wäre, die man dort zu verwalten meinte. Aber für ihn verwaltete die Kirche seiner Zeit gar nicht die Wahrheit, sondern die Unwahrheit. Die Unwahrheit nämlich, dass der Mensch vor Gott Anerkennung fände aufgrund seiner guten Werke. Und er sah diese Unwahrheit konkret vor Augen, etwa im Ablasshandel, der wurde bereits erwähnt, in der Beichten- und Bußpraxis, im Vollzug des Abendmahls als eines Opfers, in der Marienheiligen- und Reliquienverehrung, in Prozessionen und Wallfahrten, in Fasten und Almosen gehen. Für Luther allesamt Versuche, sich vor Gott einen Verdienst zu erwerben, sich ihm gewogen zu machen, mit ihm gewissermaßen ins Geschäft zu kommen. Dagegen seine bahnbrechende, eben aus der Bibel gewonnene Entdeckung, dass wir vor Gott Anerkennung und Gerechtsprechung erfahren, aus reiner bedingungsloser Liebe, allein aus Gnade, lateinisch sola gratia, sozusagen gratis, mit dem Apostel Paulus zu sprechen, ohne des Gesetzes Werke. Mit Gott ist grundsätzlich kein Geschäft zu machen, auch kein Frommes. Lange hat man gemeint, diese biblisch-reformatorische Erkenntnis von der Rechtfertigung des Menschen ohne Gesetzes Werke sei etwas von vorgestern. Sei eine Wahrheit, die schon in ihrer ganzen Wortwahl so einer vergangenen Zeit verhaftet sei, dass sie deshalb den Menschen wollen heute gar nicht mehr zu vermitteln sei. Wer glaube denn bitteschön heute noch an einen zur Rechenschaft ziehenden Gott? Wer habe denn bitteschön heute noch das Problem, das Luther ja umgetrieben habe, eben die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wer denkt denn bitteschön heute noch ernsthaft in den Kategorien von Sünde und Gnade, Schuld und Rechtfertigung? Da kann ich nur sagen, Vorsicht! Nur weil uns eine bestimmte Begrifflichkeit fremd geworden ist, muss die damit gemeinte Sache noch lange nicht erledigt sein. In der Sache hat das allein aus Gnade vielmehr eine erstaunliche Aktualität. Es mag wohl sein, dass der Mensch von heute sein Leben nicht mehr wie der Mensch zu Luthers Zeiten vor Gott zu rechtfertigen versucht. Es mag wohl sein, dass da an die Stelle Gottes inzwischen andere Instanzen getreten sind. Die Gesellschaft, das Milieu, das, was man zu tun oder zu lassen hat, die Erwartungen anderer oder die eigenen Lebenskonzepte oder gar persönlichen Interessen. Ja, es mag da mittlerweile viele Götter und Göttinnen geben, die unser Leben bestimmen. Schon Luther definiert in seinem Katechismus Gott als das, ich zitiere, woran du dein Herz hängst und nennt als Beispiele Geld und Gut, großes Wissen, Klugheit, Gewalt, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre. Geht es aktueller? Welche Werke, um mit Paulus zu reden, meint nicht der Mensch, von heute in die Waagschale werfen zu müssen, um sich vor den neuen gesellschaftlichen Göttern Anerkennung zu verschaffen? Sei es seinen sozialen Status, sei es seine bürgerliche Rechtschaffenheit, sei es sein sympathisch, schön, gesund, erfolgreich, humorvoll oder sonst wie attraktiv sein. Von all dem hängt doch immer noch massiv ab, ob ich anerkannt, akzeptiert, okay, in der Sprache des 16. Jahrhunderts gerechtfertigt bin, vor den anderen, vor mir selbst, vor irgendwelchen Glücksmaxime oder sonst welchen Göttern, an denen, wie Luther sagt, eben mein Herz hängt. Wer einmal fünfjährigen Kindern im Kindergarten dabei zugehört hat, wie sie sich gegenseitig mit teuren Markenjeans oder den neuesten Smartphones zu übertrumpfen suchen, der weiß, um welche Götter oder besser gesagt Götzen es heute geht. Allein aus Gnade, das trifft einen empfindlichen Nerv des heutigen Menschen, der zu höchst von seiner Selbstinszenierung lebt, von dem, was er eben aus sich und seinem Leben macht. Allein aus Gnade, das wirft uns zurück auf die nüchterne, aber so eben vielleicht auch befreiende Erkenntnis, dass wir nicht vor den selbstgemachten modernen Götzen, wohl aber vor Gott präzise nichts tun müssen, um seine Gunst zu erwerben. Es ist ein tiefes, befreiendes Aufatmen, das von dieser rhythmatorischen Erkenntnisse über die Jahrhunderte hinweg noch zu uns herüberweht. Gott sei Dank muss ich einmal nichts tun. Gott sei Dank kann ich mir einfach einmal etwas schenken lassen. Gott sei Dank bin ich den Stress los, immer gut dastehen, immer etwas vorweisen, immer etwas aus mir, meinem Leben machen zu müssen. Allein aus Gnade, was für eine wichtige, ja befreiende Botschaft, gerade heute in Zeiten, in denen die Parolen von einem auf Däubel komm raus gelingenden Leben, die Parolen von Hauptsache Spaß, Hauptsache Gesund, Hauptsache Erfolg inzwischen zu Tyrannen geworden sind, unter denen Menschen zusehends leiden, auch wenn ihre keep-smiling-Masken etwas anderes weismachen wollen. Allein aus Gnade, es könnte sein, dass gerade der Mensch von heute, dieser freudlose Sklave seiner eigenen Selbstinszenierung, im tiefsten nach nichts anderem so sehr hungert und dürstet wie nach dieser Zusage. Ich bin angenommen und geliebt, ohne des Gesetzes Werke, ohne irgendeine Vorleistung, umsonst, gratis, sola gratia. Wir merken auch hier eine Botschaft, die weit über den Horizont einer persönlichen Zusage hinausgeht. Die Versklavung des heutigen Menschen an die Götter des Erfolgs, des Konsums und der unbedingten positiven Selbstdarstellung ist ja kein individuelles Problem, das der eine eben hat und der andere eben nicht hat. Wir sind ja Opfer von Systemen, die woanders konstruiert und gesteuert werden. Sicher gibt es nicht wenige Menschen, die der Meinung sind, man sei solchen Systemen machtlos ausgeliefert. Da kann man eben nichts dran machen, sagen sie und holen die nächste Flasche aus dem Kühlschrank. Luthers wiederentdecktes allein aus Gnade stellt dagegen die Götzen, die uns im Griff haben, radikal bloß und entlarvt ihren knechtenen unfreimachenden Charakter. Könnte das nicht auch in Zeiten anderer moderner Götter einen wichtigen Impuls zum Umdenken darstellen? Es gibt doch genügend Möglichkeiten, hier eben keine fatalistische, also schicksalsergebende Grundhaltung einzunehmen, sondern die scheinbar übermächtigen Dinge auch einmal in Frage zu stellen, sich ihnen so gut es geht auch zu verweigern und nicht zuletzt auch politisch dagegen Stellung zu beziehen. Man muss nicht Theologe und noch nicht einmal Christ oder etwa wie Heiner Geißler auch Mitglied bei Attack sein, um zu erkennen, wie sehr unsere Welt im Ganzen solch ein vielleicht sogar radikales und vor allem unverzügliches Umdenken nötig hat. Der Welthunger und das Klima jedenfalls warten nicht darauf, bis wir unsere Flasche leer getrunken haben. Viertens Allein aus Glauben eine Befreiung von Volksverdummung. Wieder müssen wir für einen Moment einen Schritt zurück gehen und uns das vergegenwärtigen, was für Luther selbst wichtig war. Seiner Wiederentdeckung eines Gottes, mit dem kein Geschäft zu machen ist, sondern der von sich aus allein aus Gnade handelt, entspricht auf Seiten des Menschen ein weiterer Grundsatz. Wieder auf eine Formel gebracht, lautet er schlicht allein aus Glauben, lateinisch sola fide. Wir sagen betont schlicht, denn für Luther ist der Glaube nämlich kein neues, sozusagen frommes Werk, mit dem man dann mit Gott in aller vermeintlichen Demut und Bescheidenheit neu ins Geschäft kommen könnte. Mit allein aus Glauben wird vielmehr aller Frömmigkeit zunächst einmal eine harsche Absage erteilt. Willst du rechte Frömmigkeit, die vor Gott gilt, erlangen, sagt Luther, so musst du gänzlich an dir verzweifeln und Gott allein trauen. Luther kann sich dabei auf grundlegende Aussagen der Bibel berufen. Abraham vertraute dem Herrn und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an, lesen wir dort zum Beispiel. Das ist das biblische von den Reformatoren wiederentdeckte Glaubensmodell. Dieses Verständnis des Glaubens scheint überaus karg, sparsam und unattraktiv. Vor allen in Zeiten, in denen Religionen allen aufklärerischen Unkenrufen zum Trotz wieder an allen Ecken und Enden boomt. Spiritualität heißt das neue Zauberwort. Ob in der Meditation oder in einer indianischen Schwitzhütte, ob beim Bungee Springen oder im Genuss einer Tasse grünen Tees, ob beim Seidenmalen in der Toskana oder Muschelsammeln im Watt, überall entdecken Menschen mit einmal eine, wie sie sagen, spirituelle Dimension, ein Meer, eine Tiefe, die nichts von dieser alltäglichen banalen Welt an sich hat. Eine Sehnsucht nach etwas, das Meer ist als Materie, mehr als Konsum und bloßer Genuss. Dabei bedeutet spirituell vermeintlich der Trivialität des Alltäglichen enthoben sein, vermeintlich einer anderen Wirklichkeit näher sein zu sich selber und damit vermeintlich dem Göttlichen in mir auf die Spur kommen. Jede Buchhandlung, jedes Volkshochschulprogramm irgendeiner x-beliebigen Kleinstadt in der Provinz, jeder Prospekt irgendeiner Reisefirma, ja auch manch ein Gemeindebrief einer Kirchengemeinde ist mittlerweile voll von solchen, wie es dort gerne heißt spirituellen Angeboten. Indes Gott macht Abraham kein spirituelles Angebot, wie der Filial-Leiter bei Edeka es mit seinem Waschmittel tut. Gott ruft und Abraham vertraut diesem Ruf. Das ist alles. So La Fide allein aus Glauben. Und auch hier ist es so, dass ein vermeintlich bloß innertheologisches Thema, eben der Glaube, durchaus eine gesellschaftliche, immer noch aktuelle Relevanz hat. Es hängt damit zusammen, dass die neue, allenthalben wildwuchernde Religiosität oder auch Quasi-Religiosität mittlerweile einen erheblichen Öffentlichkeitsgrad erreicht hat und damit auch zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist. Esoterik, Literatur erreicht Bestsellerquoten, in Talkshows werden Erfahrungen mit Meditation, Gebet und übersinnlichen Wahrnehmungen einem breiten Publikum vorgeführt. Jedes x-beliebige Bundesligaspiel lebt von Ritualen, von Gesängen, von Beschwörungen, Erhebung und Schuldzuweisung. Boxkämpfe, Filme und Rockkonzerte werden zu Legenden und Kultveranstaltungen hochstilisiert. Pop-Sängerin Madonna wird seit Jahren als Ikone vermarktet. Diese neue Spiritualität ist in der es nicht von vornherein religiös und schon gar nicht christlich grundiert. Allenfalls bedient sie sich eines deutlich religiösen, mitunter auch christlichen Vokabulars. So warb seiner Zeit etwa die Firma TUI, Reisefirma, für ihr Robinson-Club-Programm mit folgenden Worten. Ich zitiere aus dem Werbekatalog von TUI. Schwarze Oliven, die Kraft, das Nährende, der Geist, Öl, das Heilige, die Salbung, gesund, gewappnet, täte ich dir entgegen, Leben. Und weiter Meditierend das Ich erfahren, alle Sinne strömen lassen, den Körper verwöhnen und die Aura pflegen, Nahrung als Quelle begreifen, durch geistigte Momente erfahren, Ausdruck in Kunst verwandeln und Träume auf Seide malen, im Einklang mit der Schöpfung sein. Zitat Ende aus dem TUI-Werbekatalog. Der sogenannte Markt der Sinnanbieter überschlägt sich mittlerweile in spirituellen Produkten, die gleich einer Ware feilgeboten werden, als gehe es um Socken oder preisgünstige Margarine. Demgegenüber erscheint das biblisch-reformatorische allein aus Glauben als das schlichte, völlig unprätentiöse Gottvertrauen in der Tat als überaus karg und wenig attraktiv. Zumindest für den nach religiösem Rausch und kultigen Events, nach Räucherstäbchen und spiritueller Selbstoptimierung gierenden modernen Menschen. Vielleicht. Vielleicht aber auch dies eine nüchterne Befreiung von etwas, für das man nicht eigens Karl Marx bemühen muss, um es Opium zu nennen. Um es einmal pointiert zu sagen, allein aus Glauben könnte auch eine Befreiung von Realitätsvernebelung und Volksverdummung sein. Ja, mehr noch, man könnte bei der Gelegenheit auch einmal darüber nachdenken, ob sich in der neuen Gier nach Spiritualität nicht auch eine bestimmte Not des heutigen Menschen offenbart. Des Menschen, der in seinem normalen Alltag, etwa in seiner Arbeit oder in seinen Beziehungen eben keinen tieferen Sinn mehr zu erkennen vermag und sich deshalb in andere Welten flüchtet. Wer also in Luthers allein aus Glauben auch einen gesellschaftskritischen Auftrag erkennt, hat verstanden. Fünftens sich in die Belange der Welt einmischen. Wir kehren ein vorläufig letztes Mal zurück zum Reichstag in Worms mit dem berühmten Diktum hier stehe ich, ich kann nicht anders. Martin Luther, wir erinnern uns, hat diesen Satz nicht im stillen Kämmerlein vor sich hin gemurmelt, sondern in aller Öffentlichkeit Kaiser und Königen entgegengeschleudert. In aller Öffentlichkeit. Luther hat dieses Forum nicht gewählt, weil es ihn wie manch anderen Zeitgenossen heute partout auf irgendeine Bühne gedrängt hätte, nicht weil er wie manch andere unter einer Art Selbstdarstellungszwang gelitten hätte. Er hat sein Bekenntnis öffentlich gemacht, weil er erkannt hatte, dass die befreiende Botschaft des Evangeliums von sich aus zur Öffentlichkeit drängt, um es mit den bekannten Worten des Engels aus der Weihnachtsgeschichte zu sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Allem Volk. Das steht einer außerhalb und auch innerhalb der Kirche weit verbreiteten Meinung entgegen, dass die Inhalte des christlichen Glaubens doch in erster Linie etwas für ein paar wenige Fromme seien, die sich damit in eher privaten zurückgezogenen Zirkeln beschäftigen könnten, vergleichbar etwa mit einem Briefmarkenverein. Kirche als kuschelige Wagenburg, wo man vor allem unter seines Gleichen ist und sich selbst zum Gegenstand der Aufmerksamkeit macht, introvertiert, selbstverliebt oder selbstbemitleidend. Ja, es mag sein, dass es nicht nur diese Meinung von Kirche gibt, sondern dass die Kirche selbst in ihrer ganzen Erscheinung immer wieder diesen Eindruck der Abgeschiedenheit und öffentlichen Bedeutungslosigkeit vermittelt. Indes dem Selbstverständnis des evangelischen Glaubens entspricht diese Sicht von Kirche nicht. Ganz einfach deshalb nicht, weil, um es nun doch einmal dezidiert theologisch zu sagen, Jesus Christus nicht für ein paar wenige Fromme, sondern für die Welt gestorben und auferstanden ist. Nicht ohne Grund hat deshalb etwa Dietrich Bonhoeffer immer wieder von der Kirche als einer, wie er sagte, Kirche für andere gesprochen. Gottesdienst ist zumindest nach evangelischem Verständnis eine öffentliche Veranstaltung, auch wenn er in seiner ganzen Gestaltung, Worten, Gebeten, Liedern, seine Atmosphäre und so weiter häufig auch als eine Sache für Insider erscheint. Die Kirche hat vielmehr eine Botschaft für die Welt und hat deshalb auch dafür zu sorgen, dass die Welt diese Botschaft überhaupt vernehmen kann. Sie hat sich also, um es mit einem Wort des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Frauth zu sagen, immer wieder, ich zitiere, einzumischen in das Geschehen dieser Welt und ich füge hinzu, ob der Welt das nun passt oder nicht. Darum hat die Kirche auch dem von ihr von mancher vor allem von politischer Seite häufig und in so einem gewissen gönnerhaften Unterton erteilten Rat, sich doch gefällig aus den öffentlichen Dingen herauszuhalten, sich auf die persönlichen Dinge, etwa auf die Seelsorge zu konzentrieren. Die Kirche hat solchen gönnerhaften Ratschlägen tapfer zu widerstehen. Mit Worten eines neueren Kirchenliedes gesprochen, das könnte den Herren der Welt ja so passen. Eine Kirche, eine Christenheit, Welt, also etwa die politische Machtausübung im Staat, die Interessen der Wirtschaft, die Entwicklung in den Wissenschaften oder in den Medien ihren jeweiligen Eigengesetzlichkeiten überließe. Das könnte den Herren der Welt ja so passen. Religiöse Botschaften, die man mit Hinweis auf sogenannte Sachzwänge rasch in die Ecke des Betulichen und letztlich Irrelevanten abschieben könnte. Das könnte den Herren der Welt so passen. Ein Evangelium, weil aber das Evangelium selbst, wir hörten es, allem Volk widerfahren soll, deshalb wird sich eine in ihrer Verantwortung bewusste Kirche nicht in private Nischen zurückdrängen lassen, sondern sich, so wie es jeweils vom Evangelium her geboten erscheint, in der Tat einmischen in die öffentlichen Belange. Martin Luther war gewiss kein Politiker. Er war ein einfacher Christenmensch und ein bedeutender Theologe. Aber indem er konsequent genau dies war, wurde sein Bekenntnis zwangsläufig auch zu einem Politikum. Wer, um es noch einmal mit einem biblischen Wort zu sagen, an Gott als einen Liebhaber des Lebens, so wie es in der Weisheit Salomus heißt, glaubt, dem wird es nicht egal sein können, wie es auf dieser Erde zugeht. Nicht egal, wie man mit Macht und Besitz, mit Land und Wasser, mit Nahrung und Wohnung, mit Recht und Gesetz und der Beachtung elementarster Menschenrechte umgeht. Wer an Gott als einen Liebhaber des Lebens glaubt, kann schlecht selber zu einem Verächter des Lebens werden, ja, wird selber zu einem Liebhaber, also zu einem unbedingten Erhalter und Förderer des Lebens werden müssen, wird sich selber mit einem tapferen Ich-kann-nicht-anders in die Belange und Konflikte dieser Welt, seien sie privat oder politisch unerschrocken und wo nötig in der Tat auch einmal Unbeugsamkeit einzumischen haben. Sechstens, kurzer Epilog, oder wir können auch anders. Wir haben uns auf die Suche nach Luthers Erbe in einer veränderten Welt begeben. Anhand einiger weniger theologischer Beispiele dürfte bei mindestens dreierlei deutlich geworden sein. Erstens ist Luthers Erbe zunächst einmal in sich zu würdigen. Es geht nicht an, seine theologischen Erkenntnisse vorschnell für eigene heutige Interessen zu verzwecken. Deshalb tut man gut daran, immer wieder nach Luthers eigenen Intentionen zu fragen, auch dann, wenn sie einmal auf den ersten Blick als fremd und einer vergangenen Zeit verhaftet erscheinen. Dabei wird man nicht verkennen dürfen, dass Luther eben von Anfang bis zu seinem Ende mit voller Leidenschaft vor allem Theologe ist. Zweitens ist deutlich geworden, dass in der Art, wie Luther Theologe ist, also in den Inhalten seiner Theologie Implikationen zutage treten, die jeweils weit über den sozusagen bloß interne religiöse Relevanz hinausreichen. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich Luther zu Lebzeiten immer wieder vehement zu Fragen des praktischen Lebens etwa zu Kaufhandel und Wuche, zu Arbeit und Beruf, zu weltlicher Obrigkeit oder zur Legitimität von Kriegsdienst geäußert hat. Dabei haben sich drittens immer wieder Aspekte ergeben, die auch heute noch in einer völlig veränderten Welt ihre Bedeutung behalten haben. Manches von damals hat sich eben allenfalls graduell, nicht aber prinzipiell geändert. Etwa das stete menschliche Streben nach Anerkennung vor welchen Göttern auch immer. Oder auch die alten ethischen Werte von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bleiben ja in ihrem jeweiligen Kern über die Jahrhunderte hinweg aktuell, weggelich sie natürlich immer wieder in die sich wandelnden politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Verhältnisse hinein konkretisiert werden müssen. Gewiss wird man die Erkenntnisse Luthers und schon gar nicht die Verhältnisse seiner Zeit naiv von ungebrochen auf heutige Verhältnisse übertragen dürfen. 500 Jahre sind immerhin ein gewaltiger geschichtlicher Abstand. Zwischen damals und heute liegen weltumstürzende Entdeckungen und Erfindungen, liegt die Aufklärung, liegt der Vormarsch der Naturwissenschaften, liegt die industrielle Revolution, liegen die verheerende Weltkriege, liegt der Holocaust, liegen Hiroshima und die mögliche atomare Selbstvernichtung, liegen die Erklärung der Menschenrechte und das Demokratien, liegt die Entwicklung hin zu einem kaum mehr zu bändigen Kapitalismus mit seiner Doktrin vom hemmungslosen Wachstum, liegen Globalisierung und Digitalisierung einer wie nie zuvor vernetzten Welt. Hier nicht einfach zu resignieren, auch wenn die Verhältnisse und Systeme übermächtig zu sein scheinen, hier mutig aufzustehen, wenn jene Grundwerte in Gefahr sind, hier für eine andere Welt, die möglich ist, einzustehen, auch wenn man sich als Einzelner oft nur klein und ohnmächtig vorkommt. Wenn es nur das wäre, was wir von dem kleinen Mönch Martin Luther und seiner Unbeugsamkeit vor Kaiser und König mitnehmen, unsere Beschäftigung mit diesem Mann hätte sich schon gelohnt, so dass ein berühmtes Wort vor dem Mächtigen seiner Zeit in unserem Mund vielleicht eine kleine, aber feine Variante erfahren könnte. Hier stehen wir manchmal sehr mutig und manchmal sehr verzagt. Aber da, wo es heute nötig ist, wo unser Engagement und gegebenenfalls auch einmal unser Widerstand gebraucht wird, da sagen wir tapfer, wir können auch anders. Dazu braucht es keinen Sockel. Dazu braucht es vielleicht einfach nur ein bisschen Zivilcourage. Gewiss, eine solche ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Doch der Glaube weiß, so viel Theologie darf zum Schluss nun doch noch einmal sein. Doch der Glaube weiß, dass man darum auch bitten kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Vielen Dank, Herr Professor Herr Lien, das war, man kann kaum glauben, dass das angeblich die gleiche Person war, ganz am Anfang, aber die Botschaft ist, glaube ich, rübergekommen. Wir würden jetzt mit einer kleinen Frage und Diskussionsrunde starten wollen. Wir haben zwei Mikrofone, einmal da hinten, Harlid Ünler wird die von mir aus linke Flanke bedienen, sage ich mal so und ich werde hier entlang laufen, genau. Und dann bitte ich um Ihren Input. Sollen wir ein paar Fragen sammeln oder einzeln? Es geht wie es geht. Es geht wie es geht, gut. Fangen wir hier links an am besten. Ja, ich würde gerne eine Anmerkung machen, eine Frage stellen. Die Anmerkung bezieht sich auf die Frage, ob die Kirche sich einmischen darf. Das sehe ich genauso wie Sie. Wenn zum Beispiel aus Gründen des Glaubens man sagt, dass das menschliche Leben an seinem Anfang und an seinem Ende des Schutzes bedarf und es da Zeitgeistströmungen gibt, die das in Frage stellen, dass die Kirche da glaubt, sich zu Wort melden zu müssen und sich nicht zu verkriechen, finde ich das auch völlig richtig. Die Frage möchte ich stellen bezüglich der Sabbatruhe. Denn Sie hatten das dann auch noch in Ihrer Interpretation so ausgeführt, dass das vielleicht auch dann keinen Unterschied zwischen Arm und Reich macht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, selbst wenn alle es in gleicher Form erleben dürfen, dass sie einen Tag haben, an dem sie sich erholen und regenerieren können. Ist es nicht so, dass vielleicht die einen an dem Tag wenig zu essen hatten und gefroren hatten und die anderen vielleicht in einem behaglich beheizten Raum sich da essen konnten? Ja, also, vielleicht gehe ich direkt mal darauf ein, sonst verweht das so schnell. Vielleicht noch mal eben zu den ersten Bemerkungen. Sie haben es unterstrichen, dass die Kirche durchaus das Recht, vielleicht sogar aus Ihrer Sicht die Pflicht hat, sich einzumischen. Und haben das als Beispiel noch mal mit Ihrem Einsatz für den Schutz des Lebens, am Anfang des Ende des Lebens deutlich gemacht. Ich vermute, hinter eine eher katholische Sichtweise, denn ganz so einfach ist es an der Stelle nicht. Natürlich gilt das Gebot des Schutz des Lebens. Schon in zehn Geboten ist ja sozusagen eine lebensorientierte Aufzählung von Geboten. Man kann aber, und das will ich wenigstens erwähnt haben, man müsste dann schon in heutiger Zeit auch sich noch mal darauf einlassen, und das muss der Kirche zugemutet werden, sozusagen mit Naturwissenschaften ins Gespräch zu kommen, wie überhaupt Leben, also Anfang und Ende des Lebens definiert wird. Sie wissen, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird. Die katholische Kirche hat eine sehr eindeutige Position, ab Eiferschmelzung beginnt es und danach keine Diskussion mehr. Die evangelische Kirche nimmt hier eine andere Position ein, ohne zu sagen, ohne das Gebot zur Erhaltung des Lebens aufzugeben. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ich wollte nur sagen, auch eine Warnung, vorhin haben wir schon gesagt, eine Warnung, Herr Professor Rademann, oder, nee, Sie haben es gesagt, vor einfachen Antworten, würde ich hier auch erheben wollen, eine solche Warnung. Ja, zu den Grundsätzen, aber häufig ist es so, dass dann erst die Arbeit beginnt, etwa bei der Frage von Abtreibung, das steht ja dahinter, oder Sterbehilfe. Und dem kann sich die Kirche nicht erziehen mit, ich sage mal, einfachen Antworten, sondern da muss sie, wenn sie wirklich verantwortlich ist, muss sich hineinbegeben und muss sich zur Not auch mal sachkundig machen. Und ja, das wollte ich nur sagen, um es ein bisschen zu differenzieren. Die Sachen mit dem Arm und Reich, also das nächste Mal haben wir ja das Gebot, jetzt nur so da stehen, da sollst du keinen Berg tun, noch deinen Sohn, deine Tochter, Knecht und Mark, Vieh und so weiter, Fremdling, der in der Stadt wohnt, Ende. Also bei diesem Text. Aber wir haben natürlich zahlreiche, gerade bei den Propheten Hinweisen darauf oder Botschaften, wie sie darunter leiden und es ist Geißeln, dass in der damaligen Gesellschaft erhebliche soziale Unterschiede waren, zwischen Reichen und Ausgebeuteten. Also die Bibel ist keine heile Welt, auch im Neuen Testament finden wir über Paulus harsche Kritik, etwa dem Verhalten der Gemeinde in Korinth, wo bestimmte Gemeindeglieder meinten, sich jetzt mal voll essen zu können, die Armen dann später kamen, kriegten nichts mehr. Das ist eine Grundlinie, die glaube ich ganz durchgehend ist. Der Gott, der Bibel ist einer, der sich auf die Seite der Entrechteten und in diesem Fall der Armen und der Hungernden stellt. Könnte ich jetzt Dutzende von Beispielen nennen und Geschichten erzählen, erst mal als Grundbotschaft. In diesem, das heißt man lange nicht, dass es in der Realität so ist, das ist was ganz anderes. Es geht hier erst mal sozusagen um die Verheißung, um das, was sein soll, schöpfungsmäßig so gewollt ist. Es ist immer wieder so, dass wir es mit einer Welt bis heute zu tun haben, die in einer gewissen Entfremdung lebt von diesen Grundeinsichten, von diesen Grundbotschaften. Das ist bitter. Und das war sicherlich zu biblischen Zeiten nicht anders als heute. Graduell anders, aber im Prinzip Arm und Reich hat es da leider immer gegeben. Dieses Gebot hält für mich erst mal so eine Utopie wach, eine Erinnerung an das, was sein soll. Und nicht eine Eins-zu-eins-Beschreibung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie sie tatsächlich so war, aber nie gewesen ist. Das ist die Spannung, die meines Erachtens auszuhalten ist, aber die uns auch zugemutet ist mit der Frage, wie hältst du es selber mit, in diesem Fall, mit dem Verhältnis von Arbeit und Ruhe? Bis hin in die politischen Implikationen, gerade am Beispiel Feiertagsgeschichte kommt es ja mittlerweile zu interessanten Koalitionen zwischen Kirchen, die möglicherweise noch mal andere Interessen hat, und etwa Gewerkschaften, die ja in der Regel in einem Spannungsfeld zu Kirchen stehen. Also es ist ganz interessant, wie sie auch einmal neue Koalitionen ergeben. Da gilt es wacker, für die Dinge, von denen man überzeugt ist, zu streiten. Und auch keine Berührungsängste zu haben. Vielleicht so weiter, damit wir uns jetzt nicht zu sehr an dieser einen Stille festhalten. Aber vielen Dank, dass Sie da noch mal nachgehakt haben. Dafür sind wir jetzt da. Gibt es weitere Fragen? Trauen Sie sich, heute ist er noch hier. Vielleicht mache ich da noch mal einen Aufschlag von der Seite sozusagen. Luther hat den Protestantismus begründet, wenn ich das ganz grob so jetzt mal formulieren darf, und damit ganz viel verändert. Jetzt scheint es, dass durch den neuen Papst ganz viele Impulse aus der katholischen Kirche kommen, mit der Enzyklika Laudato Si, wo so naturwissenschaftliche Themen wie Klimawandel aufgegriffen werden, auf einmal ins Zentrum der Debatte gerückt werden, was anscheinend, also zumindest für mich als neutralen Beobachter, die Frage aufwirft, wie ist das denn jetzt? Wer ist jetzt konservativ? Wer bleibt zurück? Wer macht Fortschritte? Ist das ein Ansporn auch für die anderen Religionen, Glaubensgemeinschaften da nachzuziehen? Oder muss man jetzt eher da gegenkämpfen und eigene Positionen aufbauen? Also es geht zumindest im Verhältnis von evangelisch zu katholisch. Für andere Religionen kann ich nicht sprechen, also Islam und Hinduismus müssen sozusagen selber Antworten finden in dem Zusammenhang. Also im Verhältnis von katholisch zu evangelisch geht es meins, darf es meines Erachtens nicht gehen, es ist vielleicht in der Realität anders, wer Recht hat. Also diese Schiene, ich habe Recht, ich habe es immer schon gewusst, die, finde ich, führt zu gar nichts. Und das kann man an Luther ja auch lernen. Er sagt ja vor dem Reichstag zu Worms nicht von vornherein, ich habe Recht und ich habe Unrecht, sondern er sagt, solange ich nicht durch, etwas ausführlich gesagt, durch gute Gründe und die biblische Botschaft, durch das Evangelium eines Besseren überzeugt werde, widerrufe ich nicht. Das heißt, ihm ging es gar nicht darum, Recht zu behalten, hätte die Gegenseite gesagt, hör mal, hier in der Bibel lesen wir genau das Gegenteil, was du behauptet hast, dann wäre Luther der Erste gewesen, danke für die Information, ich habe mich geirrt, ich könnte ans Feuer schmeißen. War aber nicht so. Also das heißt, das Kriterium, wie es weitergehen soll jetzt bei auch der heutigen Frage, kann meines Erachtens gar nicht so sehr sein, wer hat jetzt Recht, sondern wir müssten uns, das kann man, glaube ich, von dieser kleinen Szene auch lernen, hineinbegeben in eine andere Haltung, in der wir alle daran interessiert sind, dass es, ich sage es nur ganz platt, besser wird. Und da habe ich überhaupt kein Problem, obwohl ich nun in Wolle gefärbter Protestant bin, gebe ich ehrlich zu, da habe ich überhaupt kein Problem, den Papst Franziskus beispielsweise, auch mit dem, was er in seinen Enzykliken da von sich gibt, nicht in allen, nebenbei gesagt, aber in den von Ihnen erwähnten, da habe ich überhaupt kein Problem, das herzhaft zu begrüßen. Super. Also mit dem Mann kann man ja richtig was reißen, sage ich mal. Da ist ja auch was in Bewegung gekommen, da kann man nur für dankbar sein. Wie das weitergeht, weiß ja alles nicht. Meine Befürchtung ist, dass danach wieder so eine Riege von Rechthabern auf beiden Seiten, um heims Willen, auftaucht. Aber jetzt kann es in der Ökumene, das ist, glaube ich, jetzt immer auch eine Riesenchance, dass man sagt, pass mal auf, es gibt da so ein paar theologische Streitpunkte über, die müssen wir weiterhin ringen. Ja, die sind auch nicht unter Teppich zu kehren, aber es gibt viele, viele Dinge, da sind wir doch eigentlich im Kern überhaupt gar nicht auseinander. Also Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel von der Feiertagsruhe auf. Da gibt es gemeinsame Worte des Evangelischen Rats der Kirchen und der Bischofskonferenz, Schulter an Schulter. In vielen anderen Fragen gibt es gemeinsame Erklärungen. Das wird immer dünner, je höher man in der Kirchen-Hierarchie geht. Auf der Gemeindeebene gibt es unendlich viele ökumenische Gemeinsame, gemeinsame Gottesdienste, gemeinsame, ich habe unendlich viele ökumenische Schulgottesdienste allein gemacht, Unterricht und so weiter und so fort, gemeinsame Gemeindefeste, gemeinsam Aktionen, Dritte Weltläden, Arbeitsloseninitiative. Ich könnte massenhaft aufzählen. Das ist die Perspektive, wenn man sich davon loslöst, sagt, ich will besser sein, ich will mich hier positionieren im Stadtteil, ich habe immer schon recht gehabt, sondern man sagt, uns geht es um den Menschen, Bonhoeffer, Kirche für andere. Also dann geht es gar nicht so sehr um mich, es geht auch nicht um den Erhalt der Kirche, sondern es geht darum, etwas für die Welt, um es mal in diesem Vokabular zu sagen, gemeinsam zu bewirken. Und da kann ich nur sagen, ist mir jede Initiative recht, mit der man Schulter an Schulter etwas bewirken kann und gerade im ökologischen Bereich, gerade in den Fragen Naturwissenschaften und so weiter, die Franziskus da angesprochen hat, ist da ein Riesenraum, um gemeinsam für bestimmte Dinge zu streiten. Und da kann ich nur dafür plädieren, keine Berührungsängste zu haben. Ich nenne ein anderes Beispiel in den 80er Jahren, die Proteste gegen die Nachrüstung, Pershing 2 und so weiter und so fort. Wir erinnern uns an uns Hofgarten Bonn. Ich war mit dabei, waren ja verschiedene Demos, 500.000 Leute, alle Friedensparolen da drauf. Und wir aus der Gemeinde waren so ein kleines Häuflein von evangelischen Christen. Wir hatten auf Plakaten von Jesus sagt, Christus ist unser Friede oder so. Ein frommes Wort gesagt. Neben uns Kommunisten und was weiß ich alles, Humanisten. Und ich habe gedacht, wieso, was ist jetzt so schlimm daran, wenn ich mit denen Schulter und Schulter in dieser Frage gemeinsame Sache mache? In anderen Fragen vielleicht nicht. Gut, dann geht man wieder auseinander. Aber partielle, ich will nicht sagen Komplizenschaften, aber Nachbarschaften und Bündnisse auch so, das finde ich überaus wichtig. Und wenn wir jetzt mal, das darf man ja auch mal sagen, Loblied auf die Kirche an der Stelle sagen, es gibt ja unendlich viele sozusagen Graswurzelinitiativen in den Gemeinden, die einfach eine gute Vorreiterrolle für auch eine Gesellschaft sein können. Nachbarschaftshilfen. Ich war lange in der Arbeitsloseninitiative, gemeinnere Arbeitsloseninitiative sehr engagiert. Sogenannte Dritte-Welt-Läden, also Engagement für diese Dinge. Ich könnte jetzt eine Menge aufzählen, wo man sagen muss, ja super, super, dass wenigstens die Kirche das macht. Super, dass die Kirche wenigstens bestimmte Menschen noch nicht abgeschrieben hat. Und einem liberalen Markt, wo alles nur den irgendwelchen selbstheilenden, angeblich selbstheilenden Kräften überlassen wird und Menschen unter die Räder geraten. Nein, die Kirche hat auch nach wie vor andere Menschen im Blick. Und dabei gemeinsame Sachen zu machen, finde ich absolut nötig. Es geht letztendlich nicht um das, was ihr wird, sondern es geht um die Menschen, für die wir uns einzusetzen haben. Also insofern herzlich willkommen, Franziskus und andere. Das Gleiche gilt auch für andere Religionen, aber deswegen jetzt noch mal fassen, dass es jetzt wieder ein bisschen zu kompliziert wird. Noch Fragen, Reaktionen? Dabei vielleicht noch ein ergänztes Wort. Muss man sich ja, wenn man mit anderen was gemeinsam macht, die anderen von woanders herkommen, muss man ja noch lange nicht deren sozusagen ganze Weltanschaulung übernehmen. Mir schwebt eine Gesellschaft vor, wenn ich da mal so sage, ich bin jetzt auch nicht der große Visionär, wo man einfach auch mal akzeptiert, dass verschiedene Menschen verschieden sind. Und wenn ein anderer eine andere Meinung hat, da kann ich mich drüber ärgern. Ich kann mich auch in Wut reden. Ich erinnere mich an zahllose Gespräche mit katholischen Freunden. Also da bin ich ja am Ende ausfallend, wütend geworden. Wie kann man so borniert sein? Wahrscheinlich habe ich das gleich von mir gedacht. Am Ende sind wir zusammen Bier trinken gegangen. Und das finde ich so im Kleinen so eine Perspektive, der andere hat eine andere Meinung. Ich habe die, aber wir müssen uns deshalb noch lange nicht zu Feinden erklären. Das wäre der entscheidende Fehler. Sondern wir bleiben beieinander, auch wenn es manchmal ganz, ganz mühselig ist. Gibt es noch Reaktionen? Ja, ich würde noch mal Folgendes gerne aufwerfen. Wir haben ja durch die Reformation bei uns letzten Endes das Wahrheitsmonopol der Kirche gebrochen und haben enorme Veränderungen herbeigeführt. Und viele sagen ja, das ist was dem Islam fehlt. Also viele sagen, der Islam braucht eine Reformation oder von mir aus, er braucht einen Martin Luther. Vielleicht könntest du dazu noch was sagen? Das ist natürlich schwierig, zugegebenermaßen. Das ist jetzt ganz schwierig. Das ist sozusagen ein riesen Fettnapf, den du mir jetzt hier hinstellst. Da kann man eigentlich schon reintreten, wenn man was sagt. Ich sage mal so, das ist sozusagen eine typisch evangelische, katholische, christliche Sichtweise auf andere Religionen, dass man sagt, wir haben das ja Gott sei Dank jetzt die Kinderkrankheiten hinter uns, wir haben die Aufklärung verarbeitet. In der evangelischen Theologie ist die sehr bewusst aufgegriffen und verarbeitet worden. Im Prinzip in der katholischen Kirche auf andere Weise auch so, das haben wir alles hinter uns. Super Leistung. Wir haben erkannt, dass die Menschenrechte ein wichtiger Bestandteil sind, für den wir sie einsetzen und können viele Sachen nennen. Das wäre doch schön, wenn jetzt endlich der Islam das auch mal hätte oder das jetzt bräuchte, das jetzt auch, damit er endlich auch mal sozusagen reiner Tisch kommt in die Geschichte. Zunächst mal rein geschichtlich gesehen, so ganz friedlich verliefen diese Prozesse kirchlicherseits auch nicht. Ein Ergebnis der Reformation war ja, ich glaube, das ist auch schon erwähnt worden, etwa der 30-jährige Krieg. Man kann sagen, gut, es hat auch politische Hintergründe gehabt, stimmt alles bis hin zu Nordirland, auch politische Hintergründe, aber es hatte eben auch immer eine religiöse Grundierung gehabt. Ich könnte viele Beispiele nennen, dass in 50er Jahren Volksschule, wie wir uns mit den katholischen anderen Dorfkindern also geprügelt haben, nicht weil sie blöd waren, sondern weil sie katholisch waren und umgekehrt. Also da gibt es immer, gab es lange Zeit etwas, das nicht zum Ruhmesblatt der Christenheit gereicht, das muss man auch mal sagen. Von daher tue ich mich schwer, jetzt sozusagen einer anderen Religion zu sagen, macht es doch so wie wir. Ja, guckt mal hier, wie gut wir jetzt dastehen, das hat sich ja gelohnt. Bin ich einfach zurückhaltend. In meinem Herzen denke ich es manchmal auch so, gebe ich gerne zu, aber ich tue mich schwer, das sozusagen hier zum Beispiel in so einem Forum öffentlich zu propagieren. Was mir wohl auffällt ist, dass einige sogenannte liberale Kräfte im Islam, der Islam ist ja auch nicht der Islam, dass einige liberale Kräfte im Islam genau diese Forderung für sich stellen. Etwa die eine, ich weiß nicht, ich kann mir den Namen nicht merken, also eine Frau, ich glaube Berlin-Dohnsee oder der Professor, der da in Münster für islamische Theologie zuständig ist. Das sind so Leute, die, da würde ich aus meiner Sicht sagen, das sind sozusagen so fortschrittliche. Oder die eine Frau, ich weiß nicht, war es in Berlin oder Frankfurt, die als Frau eine Moschee jetzt leitet, kriegt dafür aber Todesdrohungen. Also das ist auch dann erstmal die Realität. Aber sie macht, solche Menschen gibt es eben auch. Also mit Ratschlägen halte ich mich ganz zurück. Was ich im Herzen wünsche, das teilen wir wahrscheinlich mit vielen. Ich nehme aber wahr, dass im Islam, sofern wir den überhaupt unter einem Stichwort subsumieren können, es interessante einzelne Stimmen gibt. Einzelne Stimmen. Aus unserer Sicht würden wir die gerne mehr fördern, aber das ist nochmal ein Thema für sich, die Begegnung damit. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Reaktion, bevor wir dann... Ich habe mal eine kurze Frage. Wenn ich mir Ihren Vortrag anhöre, dann meine ich, die Welt braucht etwas mehr Zeit. Der Islam braucht Zeit. Wir Christen haben sehr viel Zeit gebraucht, um zu dem Wissen, zu den Erkenntnissen zu kommen, die wir jetzt haben. Die Zeit muss man meiner Meinung nach auch dem Islam geben. Ja, ein Bevormunden halte ich für den vollkommen falschen Weg. Sind Sie da mit mir d'accord? Mit dem letzten Satz sofort. Kein Bevormunden, das entspricht eigentlich genau dem, was ich... Wir haben es eigentlich besser auf den Punkt gebracht, was ich vorher sagte. Mit der Zeit, auch das kann ich unterschreiben. Ich will aber vielleicht doch nochmal daran erinnern, dass auch wir, wenn wir sagen, wir haben jetzt 500 Jahre gebraucht, um uns durch viele Kriege und Irrungen und Wirrungen und Hexenverbrennung, was weiß ich alles und Inquisition jetzt sozusagen dahin entwickelt haben, wo wir heute stehen. Dann würde ich als Muslim an der Stelle fragen, ja, wo steht ihr denn heute, ihr Christenheit in der Welt? Das sind ja nicht nur wir aufgeklärten mitteleuropäischen Christen. Ich sage jetzt mal von den Minderheiten Christen in den Diktaturen in Afrika und Nordkorea, da rede ich jetzt mal gar nicht, aber es sind zum Beispiel auch die fundamentalistischen Christen in Amerika. Da habe ich schon, die allermeisten evangelisch, da habe ich als Protestant schon richtig Schwierigkeiten, bestimmte Äußerungen so zu akzeptieren. Ich sage, hier sind meine Geschwister, Brüder und Schwestern im Glauben. Da habe ich Schwierigkeiten, gebe ich ehrlich mit zu. Also auch da muss man sozusagen so ein bisschen sich in Bescheidenheit vielleicht üben. Wir können jetzt nicht die ganzen Weltprobleme lösen, weder der Christenheit und so weiter. Das wäre vollkommen überfordert. Vielleicht können wir nur einfach die Perspektive, die ich versucht habe, am Schluss nochmal deutlich zu machen, sagen, wenn wir nur das von Martin Luther lernen, dass wir selber nochmal zu uns zur Besinnung kommen, was ist mir eigentlich wichtig? Wo binde ich mein Gewissen? Das kann Politik sein, das kann Glaube sein, aber dass sich nochmal darüber klar werden. Was ist mir das wert? Bin ich auch bereit dafür, vielleicht mal einen Nachteil in Kauf zu nehmen irgendwo oder dafür belächelt zu werden? Von Verfolgung will ich gar nicht reden. Das ist das Schicksal anderer Christen, bei denen man nur demütig das zur Kenntnis nehmen kann. Nein, wo stehe ich selber? In einem reichen Land? Was ist meine Aufgabe hier oder unsere Aufgabe, sofern ich in einem sozialen Verbund wie einer Gemeinde oder einem Verein oder einer Hochschule sind? Es gibt ja soziale Netzwerke ohne Ende. Wo stehe ich? Wofür setze ich mich ein? Und dann sage ich, dann hat dieses, hier stehe ich, ich kann nicht anders, auch wieder was ermutigen ist. Ja, der kleine Mönch Martin Luther hat das gewagt und hat eine Welt verändert. Vielleicht können wir auch die Welt verändern. Das wäre uns allen zu wünschen und ich möchte mich nochmal herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte das Ganze untermalen mit ein bisschen Schoki, Schokolade. Mit dem Ulmer Spatz, die Ulmer wissen, von wem ich spreche, der ist ganz wichtig. Und da sind Einstein-Köpfle, die mit geistvollem Inhalt, der vielleicht auch auf der Zunge ist. Ja, aber von hier kommt auch, glaube ich, Uli Hoeneß. Ja, da ist jetzt, da ist er wieder konfliktbeladen. Okay. Ich meine, ich bin kein Baden-Württemberger, aber manche würden vielleicht sagen, das ist Bayern. Das ist aber gut. Den gleichen Spatz. Das möchte ich auch noch Ihnen überreichen. Frau Vizepräsidentin, vielen Dank, dass Sie da waren. Und auch Ihnen, Herrn von Winning, für die Unterstützung. Sie sagen, Sie haben gestern schon einen bekommen, das sind zwei, aber Sie waren auch aktiv dabei. Da ist das gut. Das können Sie dann teilen. Und Ihnen vielen Dank. Wir haben draußen noch ein kleines Buffet aufgebaut. Sie können sich weiter unterhalten. Wir sind auch da, Sie. Und da liegen auch noch ein paar Bücher, CDs auf. Einige Sachen, die heute gesagt wurden, sind da auch mit aufgenommen. Die können erstanden werden, nicht ersteigert. Das würde noch ein bisschen mehr Aufwand bedeuten. Und dann würde ich Sie bitten, doch noch ein bisschen hier zu bleiben und den Abend abzurunden. Vielen Dank.